So, willkommen zurück. Fünf. Fünf, fünf, fünf. Braucht genau fünf. Ah, gut. Oh, weh mir. Stimmt das nicht? Es liegt alles im... Was? Es liegt alles im Argen. Der magische Dreizack des Königs wurde gestohlen. Atlantica ist wehrlos. Und noch dazu ist Prinzessin Ariel verschwunden. König Triton ist krank, Versorgung, will seine Gemächer nicht verlassen. Ariel ist verschwunden. Ariels Freund Fabius wüsste, wo sie ist. Aber auch er ist verschwunden. Moment, haben wir Ariel nicht gerade gesehen. Ja, aber sie wirkt gar nicht erfreut, uns zu sehen. Vielleicht hatte sie nicht was bei sich, als wir ihr begegnet sind. Könnte das nicht der Dreizack gewesen sein? Wer weiß, vielleicht. Aber dann hat ihn Ariel ja gestohlen. Dafür muss es eine Erklärung geben. Oh, Ariel, wo steckst du nur wieder, wenn dir was zustößt? Das ist alles meine Schuld. Sebastian, du bist der mieseste Aufpasser der Unterwasserwelt. Und wenn sie weggelaufen ist, weil ich so ein Nörgler war, König Triton wird mich verbannen. Er würde aus seiner Schale fahren, wenn er wüsste, dass Ariel den Dreizack hat. Dann müssen wir selbst der Sache auf den Grund gehen. Schlüsselvorhersehung erhalten. Was ist da schon wieder so, einer? Vielleicht kriegt man da was Cooles. Also schwer zum Besiegen sonst, ja. Was ist da schon wieder so, ein Nörgler. ah also get this Juhu. Neue Stufe. K.P. Stufe 31. Zweite geht's. Drei. 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 Nein, ich will keine Gründe. Drei. Nehme mal vier. Ziel sucht Eisra. Na, der Hand. Cool, cool. Äh, Moos. Ah, was haben die alle heute mit ihrer Fünfen? Ich kapier's nicht. Boah, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Na, das gibt's jetzt wirklich nicht, oder? Das, das Glück müsste, muss ich mal halten. Schaut euch das an. Kartenverkäufer. Und ich hab so wenig Moogrie-Punkte. Das erste ist einmal gratis. Finde ich voll cool. Okay. Für 300 gibt's das. Für 200 das. Für 200 das. 300. Wow, wow. Schlecht. Okay. Und das. Ich kann ja wieder Karten verkaufen. Aber ja. Das gibt's jetzt 270. Hm. Also. Ich verkaufe meine lieber Karten. Aber was nur? Königsanhänger 4 brauche ich 1, 2 nicht. Brauche ich nicht, brauche ich, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. 5 brauche ich auch nicht. 4 könnte ich brauchen. 1 brauche ich nicht. 3 brauche ich auch nicht. Eins brauche ich nicht. Naja, na, drei brauche ich auch nicht. Äh, Königs Anhänger brauche ich nicht. Brauche ich eins nicht, brauche ich eins nicht, zwei brauche ich auch nicht, vier auch nicht, eins nicht, zwei nicht, fünf brauche ich. Blitz 7 brauche ich nicht 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 Aero Cloud 4 Na ja Bambi kann Brauche ich auch nicht eigentlich Ich auch nicht Brauche ich nicht Blitz 1 Brauche ich einfach Überhaupt nicht Das ist So So habe ich wieder ein paar Punkte gemacht Jetzt hole ich mir auf jeden Fall noch das da 300 Okay Ja Ich spiele sowieso lieber auf die Karten Ja Es geht schon besser So verkaufen tue ich auf jeden Fall Was ist denn das Ah das sind Rare Dinge Brauche ich aber trotzdem eigentlich nicht Vermöglich das Karten seit dem Laufen nachzustocken Brauche ich nicht Raubgegner LP Benutzt man Angriffskarten Brauche ich eigentlich auch nicht Den Wert aller Karten um Brauche ich auch nicht Verstärkt die Wirkung von Eisangriffen Brauche ich auch nicht Und Und Auch nicht genauso wenig Ah Wunderlampe Ich auch nicht Ja ok vielleicht 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 Na das sind schon wieder extrem viele Schau mal wie viel brauchen wir denn da 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 14 15 15